doch im auto ich merke das jetzt schon wenn ich in zehn minuten viertel stunde ich merke es eben auch schon dass da oben mit trainer ist also ich laufe meistens jetzt ein bisschen mal kurz um die kurve und dann denke ich mal reich soll jetzt überall ihren geschäft erledigt und bopi hierher